Leg sie, leg sie, leg sie. Ja, erstmal noch hier einen aufstellen und jetzt lege ich. Weg, 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 weg. Oh, oh, ich explodier. Grün, grün, grün. Wir springen, springen über dieser Rotterdam an. Ja, ja. Jump at will, I will now. So, wir spielen Grand Operations. Und, äh, komm schon Leute, warum geh ich das hier nicht rüber? Und der Plan ist jetzt richtig schön, als Squad hier durchzumorschen. Äh, wo wollt ihr eigentlich hin? Aber hier ist schon genebelt. Ich nehme rein, hier, den Böhmke mit. Ja, ja, alles gut. Oh, da hat auch einer Sengmi-240 aufgebaut, gegenüber. Dann, äh, oh, jetzt hab ich hier wieder, ist noch was kaputt. Links neben dem LKW. Warte, ich nebel. Oh, alle nebeln. Ich wäre aber dafür, erst auf Alpha zu gehen. Ja. Warte, wir haben rechts in die Stellung. Ja, ich nebel auch hin. Und jetzt glaub ich immer. Oh, unter der Mitte noch, unter dem LKW. Ich muss nochmal zurück, äh... Den unter dem LKW. Hab ich. Ach, du bist ja down, Alex. Ja. Immer Bescheid sagen. Sniper hat mich. Mehr auf Zipoku. Wewe. Links, hinter der Brücke. Links. Du hast ja auch down. Oh. Shit. Ja. Ja, das haut euch aus. Ja, du hast den Hut verloren. Oah. Du hast übrigens die Bombe vor, wie noch. Ja, ja. Aber ich muss, wie gesagt, nochmal zurück. Ich muss, äh... Oah. Ja. Ich muss, äh... Sniper. Moon holen. Ja, ja, ja. Das ist da hinten. Link der Sniper. Ich setz das einfach mal, um die Brute mitzunehmen. Lass es, Bruni. Lass es. Lass es. Wir geben dir liebes Mühe. Ja. Ah, ich bin hier vollkommen unter Feuer. Äh... Oh, oh. Da hocken sie alle da hinten. Ich räuchere mal da die... Die Alpha-Ecke ein. Ich springe dann links ins Wasser. Ja, da ist... An Alpha kommen wir nicht ran, glaube ich. Da hocken so viele... Wenn du dich irgendwie noch kurz in Deckung begeben kannst... Ja. Ich springe da jetzt rüber. Oh, ich werd getroffen im Wasser. Oh, lol. Das sind ja viele. Oh, oh, oh. Ich werd immer noch getroffen. Wie gesagt, das kannst du noch vergessen. Ah, ja. G2 hat einen 40 geklaut, ne? Ja, ich komm mal als Sniper. Glück ist, das Auto aus Kruppstahl gemacht. Ah. Oder auch nicht. Äh... Ich hol ne neue Bombe, denn äh... Die alte hab ich... Hab ich in der Gracht versenkt. Äh... Oh, jetzt land ich auf dem Dach. Kannst du voll vergessen, der Graser mich zuhören. Lass es. Wo ist die andere Bombe? Ah! Machen wir ihn mal zu. Ach, ich hab jetzt diese... Komische neue Maschinenpistole. Ich geh nochmal an die... Moon Station. Und... Der eine um die Ecke. Ich hol auch gleich nochmal. Schmeiß doch. Schmeiß doch. Warte, ich hol dich. Oh, was? Wirst du verrückt? Ach so. Ja. Ich wusste nicht, wie der die Situation ist. Schaut. Äh... Schlecht dich. Lisa, ich hock direkt neben dir. Es ist genebelt. Du könntest mich schnell holen vielleicht. Ne, ich nehme auch nochmal. Okay, dann nebel du. Komm schon. Über. Danke. Wuuuh. Ich hab mir auch noch dieses Bombe. Ja. Gott. Also, ich geh nochmal eine Runde über... Ach, du hast die Bombe. Ja. Ich geh nochmal... Wir müssen diese Brücke einnehmen. Das ist der... Der Schlüssel. Moon holen. Ja. Ich lieg tot im... Oh. Wir müssen hier raus, aber... Hinten raus. Ich nebel nochmal den Durchgang zu. Die... Die Brücke hinten. Oh, da hinten ist so viel. Ja. Wir müssen über die Brücke und dann... Ja. Ich komme. Ich komme. Gerade hier nochmal... Nebeln. Ich glaub du kannst... Ja, alles vernebelt. Nichts zusammen, Alter. Es... Aua. Ja. So. Jetzt wieder... Gleiches Spiel. Wieder zurückrennen. Munition holen. Ich glaub sie checken es nicht. Der Nebel ist so wichtig hier. Wo seid ihr anderen Jungs? Wir gehen über die Brücke gerade. Soll ich da nochmal ein bisschen reinnebeln? Ich nebel da nochmal ein bisschen rein für dich. Nein! Er hat nicht gesehen. Fuck. Naja. An Alpha kommt man da... So gar nicht ran. Ne. Also von ganz hinten. Ja, dann lauf ich auch über euch. So. Letztes Mal. Hier nochmal einen sacken. Oh, da liegt einer. Den könnte ich doch holen bitte. Nicht wegdrücken! Warte, ich bin 60 Meter hinter dir. Na egal. Halte den Angriff am Lauf. Das ist wahre Weltzug. Vielleicht kriegt der Medic das hier noch mit. Der basiert hier. Och. Okay. Also Maschinenpistolen. Kann ich gar nicht. Und das überlasse ich irgendwem anders. Wir haben Befehl das Ziel noch zu zerstören. Kann man irgendwie... ABB ist relativ clear. Das ist relativ clear. Oh, da steht einer im Durchgang. Der wird jetzt erstmal gesmoked. Hinten wird auch gesmoked. Nein! Bleibt alle. Bleibt alle da. Hol euch alle. Scheiße. Huuu. Huuu. Ich kann hier mein Ballpott nicht auflegen, ne? Ich bin bei dir selber. So, ich bring die Bombe. Kann da einer nebeln? Ich nebel selbst. Ach, oder am Bahnhof hinten. 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 Hier. Das bringt dich wieder auf die Beine. Ist genebelt. Ah, ich warte, ich warte. Erstmal heilen. Kann einer irgendwie vorgehen? Wenn ich jetzt da hingehe, werde ich doch sofort erschossen. Jo, warte. Da sind ein paar Haufen, Leute. Ja, du bist grad noch im Kopf. Von hinter dir. Von hinter dir. Die kommen oben wieder. Die kommen oben über die Brücke. Massig. Mindestens vier Mann. Ich geh da erstmal ran. Oh, ne. Oh, shit. Die Bombe liegt jetzt wenigstens direkt vorne. Wenn da jetzt hier noch einer auf mich drauf nebelt. Komm, die sind alle down. Ja, aber hier sind ganz viele. Warte, hier ist ein Medic. Oh Gott. Oh, hier kriecht einer durch meine Leiche. Shit. Oh, shit. Da jetzt ne Handgranate auf meine Leiche drauf. Handgranate auf meine Leiche drauf. Boni. Ja, warte. Oh Gott, ne. Ich wollte hier nehmen, hat nicht geklappt. Oh, ne. Junge, was ist hier los? Boni, bleib am lieben, bleib am lieben. Das ist das allerwichtigste. Ja. Fuck. Aber die Kollegen sind an Alpha nah dran. Oh, wer ist denn da? Der Sack hat für mich aus, als wäre er... Ganz weit außen. Oh, du möchtest da noch spawnen, Rieser? Wo ist das denn? Oh, Leute, ich bin in der Luft. Hilfe! Ich komm euch dann im Zweifel holen. Hier, Klaus, vor uns. Hier hinter den Holzdingern. Ja, okay. Oh, das geht so. Komische. Ich schmeiß doch auch die Bandage. Das ist auch hier zu niedlich sein muss beim Angreifen, ey. Da hinten. Oh, die gucken, der Sniper guckt in meine Richtung. Aua. Oh, ich bin down. Hinter euch. Ich bin verletzt. Hilft mir jemand? Danke. Nein, ich bin in der Mine getreten. Ich sterb safe. Achtung. Nein, die sehen uns hier nicht. Von B, da wo wir gespawnt sind. Keine Ahnung. Oh, hinter uns. Runden liegt der, ja. Fuck. Wie weit weg? Der ist da an der Ecke. Bei dem Haus. Ja, ich nehm den. Oh, von der anderen Seite auch noch. Shit. Shit. Da liegt der Pato. Ich sterbe. Ich brauche Hilfe. Ich bin auch down. Warte mal in den Deck. Bleib in Deckung. Hier kommt einer über meine Leiche, rennt euch hinterher. Kommt. Kriegt ihr euch jetzt von hinten. Der Slow. Oh, von, oh. Bleib in Deckung. Ja, den hab ich. Ich bleib erstmal in Cover. Warte. Hilfe. Ich seh sonst hier keinen mehr. Aber dann schießt offensichtlich noch irgendwer in der Richtung. Nein, G3 hat sich aufgebaut. Vielleicht sollten wir das von hier oben auch mal versuchen. Bist du im Leben? Nein. Scheiße. Oh, renn. Wow. Ich baue jetzt auch mal auf. Scheiße. Das ist so ein Witz. Grüßer, geh ins Haus rein. Nein. Grüßer. Boah. Da sind ja alle. Da kommen ja alle. Ja. Ach. Guck mich mal hier ins Eck. Will bestimmt gleich reinkommen. Ja, da ist einer draußen vor der Tür auf dem Breezer drauf. Ist längst vorbei gelaufen. Ja. Da kommen 10, 15 Mann. Fuck it. Hup. Außen ist auch noch einer. Bleib mal hier liegen. Ach ne, wir sind da. Da in der Tür, Breezer. Ja, hab ich. So. Okay. Cool. Und jetzt? Ja, jetzt. Ich baue ich mal hier auf. Oben auf der Brücke. Da hinten kommt auch einer. Shit, ist die blöde. Nein da. Alter. Wenn ich jetzt einen MG 42 hätte. Wieso könnt ihr überhaupt so sehen, wo ich geh? Ah, ich leg mich mal anders hin. Ah, hinter uns. Vom Hotel aus. Genau, Pato. Die Frage hab ich mir auch gestellt. Warum können die da eigentlich alle so seelenruhig... Das ist irgendwie komplett auf uns fokussiert, hab ich das Gefühl gerade. So grob. So, ich leg mich hin. Aha. Jawohl. Ach du Sniper. Oh, Sniper. Ja, 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 ja. Bleib, bleib, bleib. Bleib, bleib. Bleib, bleib. Bleib, bleib. Ich versuch mal euch von hier hinten abzusichern. Aber es funktioniert nicht. Warte, kriegen wir hin. Alles gut. Dankeschön. Hier, Munition. Ja, irgendwie müssen wir doch... Okay, ich bin da drüben. ...hier... ...unterdrückungsfeuer geben können. ...Preservator zu folgen. Oh. Ich sehe mich die ganze Zeit. Hm. Der lebt noch! 97. Das gibt's nicht. Wie? Was? Von wo denn? Ich bin doch hinter der Ecke. Der kann mich doch gar nicht treffen. Ah. Quatsch, mit Soße. Ah, ich hätte einfach nur noch... Von da wo B ist, werden wir ein bisschen auf euch warten müssen. Die haben... Die haben da direkt Ammo in so einer Einbuchtung. Ja, das ist krass. Alter. Ja, falsch. Das ist ja völlige Festung da. Da muss eine V1 rein. Jo. Äh, ach oben, aber oben auf der Brücke sind ja auch schon welche von uns. Ja, das macht's eigentlich noch trauriger. Ja, ja, eben. So, ich kann gerade überhaupt nicht spawnen. Aber Alpha sieht jetzt gar nicht so verkehrt aus. Nehmen wir das obere Flugzeug oder das mittlere. Wenn Alpha dran ist, dann das untere, oder? Ne, das mittlere. Mittlere würde ich nicht. Die Anton... Ja, das mittlere, okay. Läuft. Ja, ich setz mal Ziel, obwohl das ja auch eigentlich gar nichts bringt. Glaube ich. Ach, was ist denn mit dieser einen Bombe? Die müssen wir auch immer noch holen. Ich hol mal die Bombe dann. Oh! Und ich spring ab auf die Brücke. Genau. Und nicht in die Scheiß... Ja, ich spring spät raus. ...in die Scheiß, äh, Streben rein springen. Dann stoppt man nämlich direkt. Ich geh mal die Bombe holen. Ach, okay. Ja, jetzt haben wir für... Ne? Für die explodierte Bombe gar keinen Punkt gekriegt. Leider. Geht's nicht raus. Das ist doch schön jetzt. Kriegen wir doch jetzt mal hin hier ab. Ja, ich glaube auch. Oh! Ich komm irgendwie 10 Minuten nach allen anderen da an. Und ich bin trotzdem wieder der Erste auf dem Weg, weil die Leute nicht vorrücken. Viele, viele eher. Ich... Kommen wir aber vielleicht noch ran. Kriegen wir nicht mehr? Ja, 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 ja. Ja, auf der Brücke. Auf der Brücke bei der ATR. Oh, da explodiert ne Mine. War mal ne... War ne Bombe da? Ja, es ist ne Bombe dran. Da ist Premier da reingespründet. Boah, ich kann mit den MPs überhaupt nichts treffen. Ich liege. Uh, meine Füße sind warm. Danke schön. Boah, was ist nicht hier passiert? Ja, das hören wir ja auch fast gefragt. Ich hol die mal alle. Hey, die Bombe holen. Ja. Ich hab sie. Ich leg sie, leg sie, leg sie. Ja, erstmal noch hier einen aufstellen. Und jetzt lege ich. Weg, 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 weg. Oh, oh. Ich explodier. Wuh. Auf der Brücke, auf der Brücke, auf der Brücke! Weg, 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 ich hole ihn! Lass mich fliegen, lass mich fliegen, ich kann's klauten, die kommen, genau! Boah, ja, ja, jetzt tut's wirklich! Warte, ich lieg da, ich lieg da rum! Jetzt einfach rein, du brauchst! Justice Joker, ich hol dich! Die Fenty, komm schon! Ich hol dich, ich hol dich, wenn du... Ach, der steckt hier ne... im Geländer drin! Jawoll! Totally worth it! Alter! Huh, da hat's mich aus den Socken gehauen! Holy moly! Ja, nice! Boah, es ist aber immer ne schwere Geburt! Na, vor allem ist es so ein bisschen Angst, dass wir jetzt die nächste Map direkt da wieder... Ja, das stimmt, vor allem, wir sind ja schon gelandet und müssen trotzdem nochmal den ganzen Weg rennen! Ach, ach! Kriegen wir aber hin! Wenn er dir wenigstens jetzt erzählen würde, dass die Fallschirmjäger alle aufgerieben wurden, bis die normale Truppe da ankam und du das jetzt quasi einnehmen musst... Ja, stimmt, haben sie vergessen! Jetzt ist einfach so, Fallschirmjäger, alles klar, Geschütze zerstört, machen wir Urlaub, bis dann! So, hier, der Schlüssel zur Stadt, könnt wieder rein! Ja, genau! Wir sind dann mal weg! Bis dann! Bis dann!